Ich lerne Deutsch. Nummer 306 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich sauge den Boden zweimal am Tag. Ich sauge den Boden zweimal am Tag. Ich kann mit einem Löffel essen. Die Hunde ziehen einen Schlitten. Gestern habe ich eine interessante Person kennengelernt. Gestern habe ich eine interessante Person kennengelernt. Ich habe heute Abend ein Treffen vereinbart. Ich habe heute Abend ein Treffen vereinbart. Wir spielen heute um diesen Pokal. Wir spielen heute um diesen Pokal. Ich bereite mich auf den Muttertag vor. Ich bereite mich auf den Muttertag vor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch länger warten soll. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch länger warten soll. Auf einem gelben Teller liegen drei Croissants. Auf einem gelben Teller liegen drei Croissants. Auf einem gelben Teller liegen drei Croissants. Darf ich mir einige Himbeeren nehmen? Darf ich mir einige Himbeeren nehmen? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich bin schwanger, deshalb kann ich gerade nicht reiten. Ich bin schwanger, deshalb kann ich gerade nicht reiten. Wir haben Zeit, wir warten vor der Tür, bis das Kaffee öffnet. Ich muss einen Schutzanzug tragen, hier ist es gefährlich. Ich muss einen Schutzanzug tragen, hier ist es gefährlich. Ich muss einen Schutzanzug tragen, hier ist es gefährlich. Es ist fünf Minuten vor zwölf. Gleich ist Weihnachten. Es ist fünf Minuten vor zwölf. Gleich ist Weihnachten. Ich kann es nicht glauben. Warum hast du es wieder getan? Ich kann es nicht glauben. Warum hast du es wieder getan? Hast du meine roten Sandalen in den Koffer gepackt? Hast du meine roten Sandalen in den Koffer gepackt? Am Strand steht ein Schild. Es ist nichts darauf geschrieben. Am Strand steht ein Schild. Es ist nichts darauf geschrieben. Ich habe mich verspätet. Jetzt ist der Zug weg. Ich habe mich verspätet. Jetzt ist der Zug weg. Wenn dir schwindelig ist, dann solltest du jetzt ein Glas Wasser trinken. Wenn dir schwindelig ist, dann solltest du jetzt ein Glas Wasser trinken. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wenn dir schwindelig ist, dann solltest du jetzt ein Glas Wasser trinken. Wenn dir schwindelig ist, dann solltest du jetzt ein Glas Wasser trinken. Dann solltest du jetzt sein. Vielen Dank.